KGV? Ja, das kenne ich noch aus der Mittelstufe, das war das kleinste gemeinsame Vielfache. Halt, Stopp! Die Abkürzung KGV in unserem Fall steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis und ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung einer Aktie. In diesem Video wirst du erfahren, was das KGV ist, wie du es berechnest, was das historische KGV ist, ebenso wie das zukunftsorientierte KGV und das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis sowie einige Vor- und Nachteile in der Verwendung des KGV. Aber jetzt erstmal zur Erklärung darüber, was das KGV überhaupt ist und inwieweit es uns in der Aktienbewertung überhaupt weiterhilft. Um genauer zu sein, gehört es zu den relativen Bewertungsmethoden eines Unternehmens. Das bedeutet, es ist eine Kennzahl, anhand derer wir ein Unternehmen mit seinen Konkurrenten in einer oder einer ähnlichen Branche vergleichen können. Aber wie berechne ich das KGV? Das ist eigentlich ziemlich simpel. Die Formel dafür lautet Kurs einer Aktie geteilt durch Gewinn einer Aktie ist das KGV in Jahren. Das heißt, das KGV gibt an, nach wie vielen Jahren du den Kurs, den du für die Aktie gezahlt hast, durch den Gewinn wieder raus hast. Nehmen wir mal an, das Unternehmen Aktien mit Hopf ist an der Börse für 50 Euro pro Aktie notiert. Der Gewinn des Unternehmens beträgt pro Aktie 4 Euro in diesem Jahr. Um das KGV zu ermitteln, rechnest du jetzt einfach den Kurs der Aktie durch den Gewinn der Aktie. Also 50 durch 4 ist gleich 12,5. Das heißt nichts anderes, als dass wenn der Gewinn der Aktie so bleibt, du nach 12,5 Jahren genau den Wert, den du gezahlt hast, wieder raus hast. Exklusive Inflation natürlich. Anders gesagt, nach 12,5 Jahren hat das Unternehmen genau den Gewinn erwirtschaftet, welcher den Kurs rechtfertigt. Je niedriger das KGV ist, desto besser natürlich, da du schneller deine Anfangsinvestitionen wieder raus hast. Wenn der Gewinn im folgenden Jahr ansteigt, verringert sich natürlich das KGV entsprechend. Unternehmen, die Verluste erwirtschaften, weisen ein negatives KGV auf, was bedeutet, dass diese Aktie aktuell gesehen niemals den Gewinn wieder bezahlen werden können. Vergiss aber hierbei nicht, dass das KGV nur das Verhältnis des Kurses und dem aktuell gewirtschafteten Gewinn angibt. Eine Sonderform des KGVs ist das historische KGV. Um das historische KGV zu berechnen, wird der ausgewiesene Gewinn der jeweiligen Aktie des vergangenen Jahres bei fehlender Gewinnprognose herangezogen. Dabei müssen Sondereinflüsse, wie zum Beispiel der Verkauf einer Unternehmens-Tochter oder der Zukauf einer anderen Unternehmens-Tochter berücksichtigt werden. In der Praxis wird diese Methode aber von wenigen institutionellen Investoren genutzt. Beim Schiller KGV hingegen wird das durchschnittliche, also geglättete KGV der letzten 10 Jahre betrachtet und ist dadurch natürlich etwas aussagekräftiger, außerdem ist es auch noch inflationsbereinigt. Eine andere Form des KGVs ist das zukunftsorientierte KGV? In diesem Fall werden Prognosen verwendet, die wahrscheinlich in der Zukunft anfallen werden. Wenn es ein zukunftsorientiertes KGV gibt, solltest du immer dieses verwenden, um ein Unternehmen zu bewerten. Meistens wird es als KGV-E ausgewiesen. Und jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen des KGVs. Vorteile sind hierbei natürlich, dass das KGV einfach zu handeln ist. Es ist leicht herauszufinden, auszurechnen und du kannst es einfach überall nachlesen und immer relativ mit anderen Unternehmen vergleichen. Und du hast einen Bezug zur tatsächlichen Aktienrendite. Das heißt, du hast einen guten Überblick darüber, welche Rendite du von deiner Aktie erwarten könntest. Aber das war es dann auch schon mit den Vorteilen. Denn wie wir bereits gelernt haben, gibt das KGV den aktuellen Gewinn im Verhältnis zum Kurs wieder. Der Kurs aber kann auch durch viele andere Dinge beeinflusst werden, wie z.B. durch die Angst des Marktes vor einem Crash oder durch eine Bedrohung der Aktie mit Hopf AG durch die Konkurrenz aus dem Ausland. Fällt z.B. daraufhin der Kurs auf nur noch 30 Euro, dann suggeriert uns das nun niedrigere KGV von 7,5, dass sich die Investition noch mehr lohnt, obwohl die Auswirkung auf den Gewinn noch nicht mit einkalkuliert ist. Wenn aber der Gewinn im Folgejahr ebenso schwächer ausfällt, dann nützt einem natürlich auch das aktuelle KGV von 7,5 überhaupt nicht bei der Bewertung der Aktie. Ein weiterer Nachteil ist, dass das simple KGV nicht das Wachstum der Gewinne berücksichtigt und somit allein auch keine gute Investitionen ableitet. Nehmen wir an, unsere Aktien mit Hopf AG schafft eine Gewinnsteigerung von 5% pro Jahr. Dann würde das Kursgewinn-Wachstumsverhältnis oder in Englisch Peck Ratio einen Wert von 50 durch 4 durch 5 ist gleich 2,5 ergeben. Nehmen wir nun an, die Aktien mit Hopf AG, die sich auf den Vertrieb von H-Systemen konzentriert, hat ein KGV von 25, also viel höher als das von Aktien mit Hopf, doch schafft eine jährliche Steigerung der Gewinne von 15%. Dann ist das Peck Ratio 25 durch 15 ist gleich 1,67 und das Unternehmen nach dieser Kennzahl attraktiver, obwohl es ein höheres KGV hat. Nun kennst du die wesentlichen Aspekte des KGVs. Es dient als kurze Übersicht über ein Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz in derselben Branche, aber sollte niemals als einzelne Kennzahl bei der Bewertung herangezogen werden. Für mehr Videos abonniere gerne den Kanal, hier oben links oder hier habe ich dir noch ein Video mit meinen wichtigsten 12 Geldregeln verlinkt, welches du dir jetzt auch noch schnell reinziehen solltest. Rationale Grüße, ciao, ciao!